Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin sauer, denn Make-Up Revolution hat meine Lidschattenpalette kopiert. Hi Freunde, ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr hattet eine wunderschöne Osterzeit, falls ihr Ostern gefeiert habt und falls nicht, hoffe ich, dass es euch trotzdem wundervoll geht und ihr Lust habt, heute, am letzten Feiertag dieser Woche, ein bisschen über Make-Up zu reden. Ich habe nämlich so ein bisschen geschaut, was gibt es denn Neues in der Make-Up Welt und mir sind viele, viele Dinge von Make-Up Revolution aufgefallen, die mir sehr verdächtig vorkamen. Und wir wissen mittlerweile, dass Make-Up Revolution zum Großteil wirklich einfach viele, ich sag mal Dupes rausbringt zu sehr beliebten Produkten und sie sind damit extrem schnell. Und viele haben mir immer wieder was geschickt und mich gefragt, hey kannst du dies, kannst du das testen, kannst du hier mal gucken, wie ist es im Vergleich zum Original. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele tolle Sachen bei Look Fantastic bestellt und viele Produkte gekauft, Neuheiten und vor allen Dingen Dupes von Make-Up Revolution, die mir schon, also das ist schon nicht mehr verdächtig, das ist schon blanke Kopie. Aber ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht in meinem Gesicht. Vielleicht sind hier wirklich ein paar gute Produkte mit dabei. Falls ihr Lust habt, ein Produkt nachzushoppen, ich verlinke euch alle Produkte, die ich benutzt habe, einmal unten in der Infobox. Und ich habe einen Rabattcode bekommen von Look Fantastic. Der gilt immer, aber ich muss genau hinschauen. Am Ostersonntag und Ostermontag, also heute noch, beziehungsweise auch danach, gibt es dann nochmal Aktionen. Bis zu 40% Rabatt auf der Webseite. Und heute sind es noch 1500% Rabatt. Und ab dem 11.04. sind es dann nur noch 11% Rabatt on top. Also wenn ihr was haben wollt für euch oder generell für jemanden aus der Familie, schaut gerne bei Look Fantastic vorbei. Dort gibt es wirklich viele großartige Produkte. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Produkt. Zwei Produkte habe ich mitgenommen. Eins davon habe ich schon getestet. Das hier. Ihr könnt mir immer in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, um welches Original es sich handelt. Hier ist es ganz klar CeraVe. Wir haben einmal die Moisture Creme für den Körper. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist recht dickflüssig. So ein bisschen, hat schon eine gute Textur, aber die zieht extrem schnell am Körper ein und hinterlässt auch keinen schmierigen Film. Das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich mit Bodylotions habe, dass sie sich immer so ein bisschen, die rutschen immer so und dann zieht das nicht ein. Dann stehst du 20 Minuten wie ein nackter Seestern im Bad, wartest, bis es trocken ist und frierst dabei. Aber dafür ist die sehr, sehr gut. Die ist Fragrant Tree, nicht comedogenic und hypoallergen mit Hyaluronsäure für trockene Haut. Ich habe sie auch schon so ein bisschen im Gesicht probiert. Das will ich jetzt nicht machen, aber auch den Lippen auch. Also die hinterlässt wirklich schon fast eher ein mattes Gefühl und nicht so ein glipschiges Gefühl im Vergleich zu der Panthenol Creme beispielsweise von Mixer, die ich sehr, sehr gerne an wirklich trockenen Stellen benutze. Ellenbogen hier im Bad oder an den Fingern. Die ist für den ganzen Körper oder vermutlich auch wirklich im Gesicht ganz gut. Es gab auch noch ein Waschgel. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Vielleicht habt ihr schon getestet. Schreibt gerne eure Review unten in die Kommentare. Mit Ceramiden. Das ist natürlich schon Cera-W-Packaging. Also das, da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin immer sehr hin und her gerissen zwischen Dupe und Kopie. Am Mittwoch oder am Freitag habe ich ein Video mit wirklich blanken Kopien von Amazon. Aber da sind wirklich gute Produkte dabei gewesen. Bei Revolution, die schmirgeln da immer irgendwie so ein bisschen durch. Wir starten aber direkt mit dem ersten Produkt. Und zwar ist es das hier. Das ist ein Honey Gel Moisturizer. Kommt in so einer Plastikdose. Die Verpackung war sehr, 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 sehr groß. Und das ist, ich habe es noch nicht probiert. Oh krass, es riecht krass nach Honig. Das ist so ein Gel mit goldenem Schimmer mit drin. Es riecht sehr intensiv nach Honig. Ich trage mir das jetzt mal erstmal auf der halben Seite meines Gesichtes auf. Fühlt sich direkt sehr kühlend an. Ist natürlich auf Wasserbasis. Und hat dann gleich so einen kühlenden Effekt. Es hat aber goldenen Schimmer mit drin. Also das muss man mögen. Ich finde ihn auch jetzt nicht so fein. Im Sommer kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Auf dem Hals, auf den Beinen, auf den Armen. Und hinterlässt so ein leicht. Doch, gefällt mir vom ersten Eindruck sehr gut. Hier weiß ich nicht, was das Originalprodukt dazu sein soll. Ich habe aber irgendwas, meine ich mal, bei TikTok gesehen. Vielleicht wisst ihr, worum es da geht. Gefällt mir jetzt vom ersten Eindruck sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen von der Textur her an den Nix Bear With Me Primer. Nur hier ist halt noch ein bisschen Schimmer mit drin. Und der zieht auch recht schnell weg, muss ich sagen. Also gar nicht so schlecht. Das nächste Produkt ist aber etwas, da bin ich echt schon lange drum herum geschlichen. Weil ich immer eine günstigere Alternative für euch suche, generell für Produkte. Ich schaue gerne mal im High-End-Bereich nach und suche dann aber für euch nach und nach immer spannende Produkte aus dem günstigeren Bereich. Und viele, also es waren bestimmt 100 Nachrichten in den letzten zwei Monaten, die gesagt haben, Maxi, probier die Miracle Cream von Revolution. Das soll ein Dupe zur Charlotte Tilbury Magic Cream sein. Der Tiegel sieht anders aus. Es ist Glas. Es fühlt sich sehr, sehr schwer an. Und wir machen es mal auf. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Es riecht anders. Die Textur ist sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr dick. Und den tragen wir mal auf der anderen Seite ein. Oh ja. Der ist deutlich dicker von der Textur her. Sehr, es fühlt sich sehr reichhaltig an. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Lichtschutzfaktor mit drin ist. Glaube nicht. Das hat der Charlotte Tilbury, hat das. Charlotte Tilbury hat einen Lichtschutzfaktor mit drin, der so einen ganz, 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 ganz zarten, weißen Film hinterlässt. Du siehst danach aber auch sehr, 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 sehr glowy aus. Also das muss man dazu sagen. Die zieht sehr schnell weg. Fällt mir auf. Und ist nicht ganz so glowy auf der Haut. Ich sehe fertig aus heute. Es tut mir wirklich leid. Wir sind gerade eben, heute ist Ostersonntag, auch da ist nicht frei, aus dem Osterurlaub zurückgekommen. Vom ersten Eindruck, also vom Hautgefühl, ist es sehr, sehr ähnlich. Weil es so ein bisschen, es ist noch so ein bisschen rutschig. Aber es ist nicht so speckig rutschig, sondern einfach nur sehr frisch. Ich bin gespannt, wie sich das Make-up darüber verhält. Ich finde, es ist okay, wenn man so ein paar Sachen als Alternative rausbringt oder als Möglichkeit, dass es ein bisschen günstiger ist. Wo es mir persönlich schwer fällt, ist, wenn es schon wirklich sehr unindividuell ist. Hier ist die Verpackung zumindest, aber auch nochmal ein ganz bisschen anders. Ich muss es ganz kurz euch jetzt schon zeigen. Da könnt ihr mir ein Feedback schreiben, ob ich dazu überhaupt ein Video machen soll. Also wenn ich sowas hier sehe, da ist schon fast ein bisschen frech. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wollt ihr das sehen? Ich habe sehr, sehr viele verschiedene Dupes gefunden bei Amazon. Rare Beauty, Dior, Fenty Beauty. Teste ich gerne für euch, wenn ihr das wollt. Okay, vom ersten Eindruck her gefallen mir beide Seiten sehr, sehr gut. Also sie fühlen sich beide sehr feucht an. Die nicht ganz so sehr, die Gel-Seite, nicht ganz so sehr wie die Miracle-Cream. Vom ersten Eindruck aber gar nicht so schlecht. Wir kommen zur Foundation. Und ich weiß nicht, warum ich die gar nicht getestet habe. Bis jetzt, ich habe sehr viel Gutes gehört. Ich habe sie jetzt auch schon benutzt, natürlich im Vorfeld, dass ich euch ein bisschen was dazu erzählen kann. Das ist die In Real Life Filter Foundation. Das ist auch, glaube ich, das einzige Produkt hier, was es bei uns in Deutschland in den Läden gibt. Der Rest ist nur online bei Look Fantastic. Das ist eine Foundation, eine Soft Mud Atem Breathable Foundation mit 16 Stunden Halt. Ich habe sie einmal in der F9 und in der F4 gekauft. Was ich sagen muss, das finde ich sehr, sehr gut bei Makeup Revolution. Ich konnte mich erinnern an eine Foundation, die ich damals hatte. Und die Farbe war F9. Und auch diese Foundation hat die wirklich selbe Farbe. Sie passt ganz genauso gut. Sie ist jetzt vielleicht ein bisschen dunkel, aber das funktioniert. Die ist sehr rosastichig. Die ist nicht parfümiert. Ich finde, sie riecht recht stark nach Foundation. Also das muss man dazu sagen. Und das ist eine Farbe, die ist sehr schön rosastichig. Ich habe sie schon getragen. Und ich war so, ich war nicht positiv, aber auch nicht negativ überrascht. Ich glaube, dass ich sie zu dem Zeitpunkt, als ich sie das erste Mal getestet habe, einfach wieder viel zu viel benutzt habe. Das ist eine extrem, extrem deckende Foundation. Also das ist keine BB Cream. Das ist eine Full Coverage Foundation, die mich so ein bisschen an die, wie der Charlotte, ne? An die, ja, oder die Nars Soft Matte auch. So eine recht intensiv deckende, halbwegs matte Foundation. Ihr seht es sofort, wie schnell ich hier, ich habe kaum was benutzt, ne? Extrem deckend. Und mir ist aufgefallen, am nächsten Tag, als ich sie benutzt habe, ich hatte am ersten Tag viel zu viel benutzt, sodass sie an einigen Stellen aufgecrackt ist. Das ist am zweiten Tag nicht mehr passiert, als ich deutlich weniger Produkt benutzt habe und natürlich auch ein bisschen mehr Skincare gemacht habe. Also die Foundation ist vom Feeling her schon recht matt und auch trocken klingt immer negativ, ne? Aber das ist ein mattes Finish. Und matte Finishes sind immer ein bisschen trockener als glowy Finishes. Was ich jetzt per se nicht schlimm finde, ich glaube, es viele, ich lese eure Kommentare, und viele wünschen sich immer Produkte, die halt nicht glowy sind und Full Coverage und eher wieder so ein bisschen zurück 2015, 2016 Vibes. Und das ist völlig gerechtfertigt. Ihr seht es. Die Deckkraft ist gut. Schaut euch bitte meine Augen an. Ich gehe jetzt einmal hier lang. Und das covert schon echt gut. Ich muss dazu sagen, vielleicht sollte ich wirklich mich wieder ein bisschen mehr mit Make-Up Revolution auseinandersetzen, weil sie wirklich gute Produkte mittlerweile machen. Klar, es gibt immer mal einen Flop. Und klar, die Firmenphilosophie ist jetzt auch nicht unbedingt die, wo ich sage, wow. Aber farblich ist das eine sehr, sehr gute Foundation. Ich korrigiere jetzt mal so ein bisschen unter meinen Augen. Es ist nämlich sehr, sehr dunkel. Ich habe sehr schlecht geschlafen die letzten Wochen. Einfach hier so ein bisschen Orangenen Corrector hier von Earth. Liebe ich sehr. Und den blende ich einmal kurz ein bisschen aus. Dann korrigiere ich das gleich so ein bisschen. Also die Foundation, um es abzuschließen, ist eine gute Foundation, wenn ihr das matte mögt. Also dieses Soft-Matte, sehr deckend. Ihr könnt sie natürlich auch noch krasser aufbauen, wenn ihr vielleicht starke Unreinheiten habt oder starke Rötungen im Gesicht. Dann funktioniert das schon sehr gut. Du musst sie natürlich auch nicht full-on auftragen, sondern es reicht auch, wenn du sie so ein bisschen punktuell aufträgst. Ich finde es ehrlich gesagt aber gar nicht so schlecht. Es gibt den passenden Concealer zu der Foundation. Und der hat es mir echt angetan. Das ist der In Real Life Filter Finish Concealer. Ich habe ihn in der Farbe 4. Warum auch immer ich ihn in der 4 gekauft habe. Und der ist oil-free, also ölfrei und wasserfest. Ich habe da große Hoffnung, weil oft ist es so im Frühjahr und im Herbst. Bei mir dreht mein Auge hier hinten. Und das hatte ich jetzt die letzten Tage, als ich ihn benutzt habe, noch nicht. Aber ich habe Hoffnung, dass es dann vielleicht ein bisschen hält. Das Füßchen ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Es ist sehr stark angeschrägt. Es nimmt gut Produkt auf und es verteilt es auch sehr, sehr gut. Du kannst dann hier hinten auch so ein bisschen genauer arbeiten und ein paar gute Highlights setzen. Ich trage jetzt hier erstmal nur so auf, wie ich Concealer auftrage. Ich mache in der Zwischenzeit ein bisschen Bronzing, Contouring. Ne, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ist Quatsch. Lass uns kurz antrocknen und dann seht ihr mal den Side-by-Side-Vergleich. Ich finde es ehrlich gesagt mal spannend, so ein bisschen entspannter mit euch einfach über Make-up zu reden und einfach mal auszuprobieren, was die Sachen können. Die Foundation, wie gesagt, so Foundation-Concealer teste ich gerne vorher schon mal, dass ich ein Gefühl habe. Aber im direkten Vergleich auch hier seht ihr einen krassen Unterschied. Und das muss ich sagen, das ist halt full, full Coverage. Und es gibt viele, viele Mäuse da draußen, die das lieben. Concealer, ihr kennt meine Augen, ne? Was ist süß? Habe ich neulich einen Kommentar gelesen von jemandem, die gesagt hat, du hast gar keine Augenringe. Mäuschens. Ich starte das Video schon immer mit Color Corrector. Gebt mir noch ein bisschen hier hin. Also ihr seht auf jeden Fall einen krassen Unterschied. Der ist sehr deckend. Er funktionierte meiner Meinung nach nicht so gut mit dem Coaty Aspon Powder. Mit dem Huda Beauty Puder hat er sehr, sehr gut funktioniert. Schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, welche euren aktuell liebsten Make-Up Revolution Favoriten sind. Ich habe, wie gesagt, lange nichts mehr getestet. Und ich weiß, dass viele Make-Up Revolution wirklich gerne mögen. Und das ist natürlich auch, glaube ich, noch mal so ein bisschen was anderes, als Make-Up Revolution rauskommt. Ich erinnere mich, wie hyped wir alle waren. Und das war schon ein krasser Sprung in der Drogerie-Make-Up Welt. Den Credit muss man denen auch geben. Full Coverage Queen Today. Wir haben noch was anderes. Und das hat mich so ein bisschen an Jones Road. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Jones Road ist eine neue Marke von der Maus, die Bobby Brown gegründet hat. Und die hat diese Cream Blushes rausgebracht. Das Packaging finde ich sehr, sehr schön. Das Ding heißt Balm Glow. Multi-Use Glow for the Face. Luminous Finish Natural Looking Flush of Color. Ich mag die Verpackung sehr gerne. Die ist sehr minimalistisch. Das ist eine Aluminium-Verpackung. Wenn es leer ist, packst du es in den Rest. Und du kannst wiederverwertet werden. Aluminium ist ein sehr, 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 sehr tolles Material, das ich persönlich sehr gerne mag. Und ich finde, dass es auch gut ist im Make-Up. Ich nehme hier einen kleinen Pinsel und arbeite mir das Produkt erstmal hier so ein bisschen auf den Handrücken. Es sieht jetzt nicht zu stark pigmentiert aus. Deswegen schauen wir mal. Oh, sehr, sehr Glossy. Sehr Glossy. Kann ich mir gut vorstellen ohne Foundation. Wow. Das ist krass. Ich gucke mal, das kann man halt ganz schlecht swatchen gerade. So, hier habt ihr noch ein bisschen Licht. Das ist schon Vaseline mit Farbe vom Finish her, aber nicht so speckig. Oh, das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist so ein super Glowy Finish. Das, wenn das Gesicht ein bisschen gesettet ist, vielleicht nochmal rüber gehen. Oh, das ist toll. Das brauche ich in anderen Farben. Das als Bronzer oder das als Foundation wäre auch geil. Vielleicht gibt es das. Das habe ich aber noch nicht gefunden. Habe ich auch nicht gesucht nach, ehrlich gesagt. Oh, das mag ich gerne. Das ist so ein ganz zarter Hauch an Farbe. Also es ist nicht zu pigmentiert und es ist auch nicht zu schwierig, das zu benutzen. Es fühlt sich gut an. Es ist jetzt kein Silber, ne? Es ist nicht so schwer, aber es ist Aluminium. Ich mag den Gedanken hinter der Verpackung sehr gerne. Und das Finish gefällt mir ausgesprochen gut. Ihr wisst es, ne? Das ist halt so meins. Und ich glaube, dann kann man auch... Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht kriegen wir das zu meiner liebsten Base gerade hin. Ne? Ich bin ja eher die Glossy-Maus. Aber wenn ich so eine matte Base habe wie jetzt und dann so ein Glossy-Produkt habe, was nicht zu viel Farbe hat und ich das hier so ein bisschen überall hingeben kann, dann könnte das etwas sein, was mir sehr gut gefällt. Wir fixieren jetzt mal ganz schnell mein Gesicht. Das rutscht nämlich gerade so ein bisschen hier an den Augen. Ich nehme dazu Huda Beauty Easy Bake. Nur unter den Augen erst mal schnell. Oder um die Augen herum. Und mit dem Rest gehe ich einfach nur mal so grob rüber. Okay. Sehr, sehr schön. Und jetzt seht ihr auch, glaube ich, ganz gut das Finish von dem Concealer. Der ist schon sehr deckend. Also mit ein bisschen Color Corrector ist das Ganze fresh. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich habe noch ein anderes Produkt und da war ich so ein bisschen überrascht. Ich habe das gesehen, auf den Fotos natürlich, und dachte, das ist ein Dupe zur Hollywood-Palette. Aber ist es irgendwie gar nicht. Das ist die Sculpt & Glow Kontur-Palette. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen... Also ich bin ja nicht immer so fein mit der Betitelung von Produkten. Aber das ist für mich eine Highlighter-Palette. Das ist hier... Nee, doch nicht. Hä? Also, wenn ihr jetzt so raufguckt, würdet ihr doch denken, das ist ein Highlighter, oder? Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Wir probieren es mal aus. Ich nehme mir einen fluffigen Pinsel, gehe hier in diese Farbe rein. Das ist übrigens Light to Medium. Also das könnte jetzt vielleicht ein bisschen zu hell sein. Ha! Hier auf der Stirn seht ihr es, glaube ich, viel besser. Das ist jetzt vielleicht sogar ein Stückchen zu hell für mich. Aber das ist kein Highlighter. Das ist verrückt. Ich tupfe es nur hier rauf, weil ich hier ja nicht so richtig gesettet habe. Könnt ihr meiner Verwirrung folgen? Weil ich habe jetzt... Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es eine Highlighter-Palette ist. Aber die ist gar nicht so highlighterig. Die ist schon. Also es könnte ein bisschen kühler sein für meinen Geschmack. Aber wenn ihr sehr, sehr hell seid, ist das eine gute Farbe. Das hat jetzt auch nicht so einen richtig krassen Schimmer. Also es hat gar keinen Schimmer dran. Es sieht nur so ein bisschen wet auf der Haut aus. Wir gehen mal in den Highlighter-Ton. Und das ist ein Highlighter. Das ist ein Highlighter. Aber auch recht zart, sehr erwachsen. Passt farblich ganz gut, finde ich, zu dem Bronzer. Oh, das sieht schon aus, als wäre ich gerade aus dem Urlaub gekommen, ne? Bin ich auch, aber es war kein Urlaub. Oh, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Das gefällt mir jetzt vom ersten Eindruck. Ist jetzt am aller, aller, allerbesten neben diesem Blush. Und jetzt kann ich hier nochmal so ein bisschen mit dem Blush ganz leicht drüber gehen. Und dann sieht es frisch aus. Und jetzt wird es wieder so zu dieser typischen Maxim-Base. Freunde, wir nähern uns. Wir nähern uns hier. Oh, jetzt werde ich aber wütend. Jetzt muss ich kurz wütend werden. Weil als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ne, die haben nicht ernsthaft meine Lidschirn-Palette gekopiert. Ihr kennt alle meine Catrice und meine Catrice-Palette mit Catrice. Die zweite. Es gibt sogar welche bei Pyrrish. Also das war ja das Ziel, dass es die irgendwie immer irgendwie gibt. Deswegen, ihr könnt sie auch noch kaufen. Aber dann habe ich halt die hier von Revolution gesehen und dachte mir, boah, das ist schon echt hart. Das ist meine halt nur für unterwegs. Ne? Wenn ich sie jetzt mal da ranhalte, Also, ist schon hart. Wir haben wirklich sehr, sehr ähnliche Farben. Auch so von der Textur her der Schimmertöne. Vor allen Dingen 1806. Und diesen pinken Ton ist schon... Also wenn du es auf den ersten Blick siehst, denkst du dir, boah, ist schon kopiert halt nur in klein. Ich glaube aber, dass es einfach nur ein dummer Zufall ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Make-Up Revolution sich da hingesetzt hat und meine Palette kopiert hat. Falls ja, ist es für mich natürlich eine sehr, sehr große Ehre. Falls nicht, denke ich mir, süß. Wir probieren sie aus. Ich habe überlegt, ob ich nicht einfach noch meinen Look mit meiner Palette machen will. Komm, wir machen ganz schnell einen Look hier mit. Meine liebste Farbe aus meiner Palette ist Tad Sacher Forest. Das ist das Grün. Ich gehe jetzt hier in der kleinen Palette rein und tupfe mir das hier rein. Das wird jetzt mein Basic-Look aus meiner Palette, den ich wirklich rauf und runter getragen habe, weil es ein wirklich schöner Look ist. und gut pigmentiert. Also, ich glaube, ihr merkt auch an meiner Reaktion dazu, natürlich, wenn es so wäre, weiß ich ja nicht, dann wäre ich darüber nicht sauer, sondern würde mich eher ehren und würde nicht anfangen zu weinen. Das tut mir wirklich leid, aber ich bin extrem stolz auf diese Palette, weil sie einfach so perfekt für den Alltag ist. Auf der anderen Seite machen wir das Ganze auch noch. Geht super schnell. Ich sehe jetzt keine schlechte Qualität an der Farbe von Revolution. Die ist ein bisschen dunkelgrüner und ich muss dazu sagen, lieber ein Jupe als ein Fake. Also, wo ich mich darüber ärgern würde, ist, wenn jemand die Palette nehmen würde und draufschreiben würde, Maxi und Giacomo X Catrice, aber das ist nicht aus unserer Produktion, sondern das ist einfach kopiert. Darüber würde ich mich wirklich ärgern. Das ist halt auch wirklich, das ist illegal. Das ist einfach nur ein lustiger Zufall. Nehmen den Schimmerton, setz den hier rauf. Nice. Gute Palette. Also die zwei Farben, die ich jetzt benutzt habe. Ich will aber noch eine andere Mascara benutzen. Die wollte ich euch jetzt hier nur schon mal zeigen, weil das ist halt genau das, weswegen ich so gerne bei Look Fantastic shoppe. Ihr findet dort nämlich immer Produkte schon, die es noch nicht hier gibt, die erst in, weiß ich nicht, zwei Monaten bei uns landen. Und zwar von Maybelline. The Falsies. Das ist eine neue Mascara von denen. Es gab ja schon mal diese Bounce Mascara. Die finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich viel, viel Gutes von gehört. Riecht nach Mascara. Ich gehe jetzt einfach mal hier rüber. Oh, macht sehr schöne Wimmbad auf dem ersten Swipe. Ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Ich werde da noch mal genauer drauf eingehen, wenn es sie dann auch wirklich in Deutschland gibt. Aber nur, dass ihr mal seht, wenn ihr wirklich Sachen findet online bei Trendmood oder so und wisst, ey, das könnte euch interessieren, dann probiert einfach die Sachen einmal aus von Look Fantastic, weil ihr dort wirklich viele Sachen kriegt, die ihr einfach so hier nicht bekommt, ohne dass ihr Zoll zahlen müsst oder so. Kommt jetzt nicht ran an meine Liebste von Max Faktor, diese Twist 2 in 1 Mascara, aber macht schöne, recht natürliche Wimpern. Also da bin ich ehrlich, da bin ich sehr enttäuscht von dieser Fenty Mascara für mich persönlich. Das ist keine schlechte Mascara, verstehe mich nicht falsch. Sie macht mir nur zu dicke Lashes. Ich sehe glossy aus heute, ne? Ich finde, das ist ein schönes Make-up. Das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht gerade. Also es waren wirklich tolle Produkte mit dabei und ich glaube, dass das ein oder andere Produkt auch für viele von euch sehr spannend sein könnte. Gerade dieser Glossy-Barm, gerade auch die Mascara oder auch die Foundation vielleicht. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Sachen gefallen haben. Schreibt mir unbedingt ein Feedback in die Kommentare und dann können wir da gerne nochmal unten in der Kommentarsektion drüber reden. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Schaut unbedingt bei LookFantastic vorbei. Dort gibt es richtig viel Rabatt gerade. Teilweise sogar über 50%. Und das ist kein Ausverkauf, sondern das ist einfach ein kleines Ostergeschenk. Ihr süßen Mäuse, passt auf euch auf. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal.